ARD Text im Auftrag von Funk 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 So, ich hab meine Eier noch nie so genau gedacht. Junge, ist dir das noch nie aufgefallen, Digga? Ist es bei euch nicht, ich betone manchmal, wenn ihr euch die richtige Schlepphunde habt? Schlepphunde jetzt? Dann fällt das doch auf, Digga. Hör auf, man. Hör auf. Sag mal, wurden hier eigentlich schon Out-of-Map-Spots ergründet in den Maps? Ja, Digga, mir fällt das schon auf, Alter. So viel über Hosen. Oh, nein. Redrax tut jetzt. Ja, Lars. Die Noscopes sind so scheiße in dem Spiel, Alter. Ja, ist so. Redrax noch, wie noch andrehen wir den ganzen Anfang an. Oh, Noscopes ist richtig geil, Digga. Junge, ich hab von Anfang an gesagt, dass die Noscopes geil sind. Oh mein Gott! Echt? Und deswegen hab ich... Bitte, PC. Bitte, PC. Im Ernst? No way, Alter. Hör auf. Hör auf. Holy shit. Was hat der gehetet? Oh, stopp ein step, Brut. Aber trotzdem, Sick, er ist in diesen Third-Person-Raub-Team-Modus gegangen. Ja, Mann, nice. Wer hat das so rumgeschrien? Nice, Alter. Sick. Und trotzdem ist der... Junge, grad TPZ, Digga. Eigentlich bin ich sie überhaupt nicht, weil ich will hinten, Digga. Warte mal ganz kurz. Hat echt sich rumgeschrien? Was? Nein, TPZ. Das war TPZ selbst, Mann. Oh mein Gott, das Bolletrail geht genau durch seine Pitschnitzel, Alter, ey. Hallo Pitschnitzel, Pitschnitzel und Pitschnitzel. Ich versteh diese Leute nicht. Oh shit. Die denken, dass es noch Zombie-Morals gibt, die Map an die T-T-T. Aber ich glaub, ich bin, äh, der war nicht so nice, glaub ich. Oh, Pitschnitzel. Pfff. LOL. Habt's auch, wie es schon wieder geht dran. Das war Take-Shot, oder nicht? Den kannst... Du kriegst Särger von meinen Eltern. Dann scheiß ich Ernie. Ja, ich... Meine Eltern sagen das einfach immer so. Deswegen hasse ich die auch. Ey, besser. Halt, ich mal, Digga. Halt, ich mal, Digga. Soll ich wirklich rausgehen? Ja. Was ist hier los? Ey, kannst du den Controller nicht so hinlegen, dass er sich bewegt? Ey, der Knappi! Ey, Jungs, was ist hier los? Ich fliege automatisch raus. Ob der Ton, geh raus! Ach so, das ist eure Six. Ey, ist doch Ernie. Junge, ich hab das gar nicht gecheckt. Ich schrofe auf Andels. Ey, lasst euch mal klippen für Six-On. Junge, ey, lasst euch mal Six-On machen. Ey, nein, ich, Digga. Ich hab zuerst gesagt, Digga. Junge, L2 und ich bin Zweifel. Ey, Betta, das kannst du nicht ernsthaft. Nein, das kannst du ja ab, Digga. Ja. Ehrenlust, Digga, ehrenlust. Besser als Leute, besser als Leute. Oh, du gehst das! Das geht, glaube ich, Digga, aber nicht. Na, aber nicht. Besser als Leute, die mit Six-On. Auf GHKZ, Kai? Ich will auch nicht, Digga. Ja. Oh Gott, Digga, ich war bei Lars. Ja, ja. 4 zu 5 ist auch nicht das Geil von Mann. Der Hals-Mall. Immerhin hat der Spiekel zu Ende. Oh, fast split quad-feet, oh mein Gott. Nice. Das ist mein erstes Spiel für heute, also. Das ist meine Ausrede. Das ist mein erstes Spiel für heute. Das ist mein erstes Spiel für heute. Oh, nice. Was ist das denn? Das ist der Spawn. Ich hab Geertet. Was? Nein. Der hat Geertet? Der hat eh nicht Geertet. Nein. Nein. Hat er nicht. Nein. Oh mein Gott. Nice. GG. Nice. Der hat Geertet. Fick, Digga. Sieg, Sieg, Sieg. Geertet. I'm out of my mind.